In der Stadt, in welcher Gegend vielleicht ihr weinen, als Kind? In der Gegend wurde es sicher gewesen, aber die Gäste nach der Schule. Es wurde auch nicht gewöhnt von der größten Schule. Und wie hat das die Schule ausgesehen? Sie haben gewöhnt. Ich weiß nicht, dass wir das Gebäude haben. Ich bin ein kleiner Kind. Aber sie haben sich auch moderne Gäste Schule. In Ebersgelder haben sie gelernt. Das ist doch meine Memories, weißt du. Wenn die Deutschen, und man zerkehrt Russland, in July, in July, in Portugal. Die Eltern sind noch herein. Sie verbrennen in der ganzen Gegend. Und sie haben nur Männer in die Schule, und verbrennen bei 3.000 Männern. Die größte Schule ist geboren, verbrennt. Die größte Schule ist geboren. Die größte Schule ist geboren. Und das ist eine neue Zeit. Sie werden in der Schule.